rein digga hier ist ein bauli digga unser jungler ist ein lauch digga er hat einfach reingeschissen mit seinem smile jetzt hier auch ohne spaß davor sagen können nein keine Hero läuft super das game läuft super ja bro deine wavepush freien ist auch entspannt für dich da ja ja wavepusht auch zu uns naja ist alles entspannt oh ja egal digga das ist so gut gut job bräder gut job bräder das wird rein Shethan und deine mid lane die kriegt die Bomben digga ja 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 das würde ich den auch noch machen ja 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 Homero ja die das ja 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 Guck mal jetzt nur meine Ultimate an hier. Komm nicht dran. Ich geh weg. Oh nein. Oh ja. Knappes Ding du. Crazy, dass du Malzer gerne spielst. Warum? Ich weiß nicht, Digga. Geil weil man voll entspannen kann irgendwie, Digga. Ich schwöre. Haben wir noch eine Weile? Aber der ist insgesamt ein bisschen schwach, oder? Nein, der ist S plus. Echt? Ja. Oh, ihr feint. Wir feinten nicht, weil wir nehmen die ja mies auseinander, ne? nix machen ich gucke die von afghanistan behindert das ist nicht das ist nicht alle rein gg ja scheiß auf der pente oder nicht Ich bin aufgeschlagen, ich weiß genau wie er enden muss. Ich muss ihn aufhalten, bevor er etwas tragisches spielt. Zum Beispiel, ich muss ihn geschehen machen. Hey, er ist auch noch jung! Keine Vision Gold, jaja! Dreck, mashallah. Jetzt kommen wir wieder Nein. Stark. Ja, Bruder, du spielst wie ein Eimer. Wie ein richtiger Eimer, Digga. Komm runter, Tedraic. Ja, Bruder, das ist Bot Gaming hier, Digga. Ja, nimm den K. Was ist denn? Ja, nimm den K. Mach doch die Auto-Hit! BotLine wieder Doppel-Kell. BotLine Doppel-Kell, ja. Okay, die sind aber weg. Obwohl, nee, Samira bleibt, Samira bleibt. Oh, gerade erst hier, oh Mann, Alter. Ah, Schiedsrichter. Ja, fixe durch, Alter. Was steht die da, wie so ein Bot, Alter. Mach einfach, Rari. Wolle? Ja, was wollen die machen? Ja, genau. Die machen wir weiter. Ja, mach. Die machen gar nix. Wie kicken? Back off in Pinkwatching. Ja, und die Seraphine, ich weiß nicht, ob du's gesehen hast, Digga. Aber ihre Ultimate war ja mal bodenlos, Digga. Was sagst du dazu? EP unten? Oh. Ach, Schiedsrichter, Digga. Mal ab mir das gut, die Einschwitzer. Digga, aber, äh, kommt einfach nochmal nach vorne gelaufen, Bruder, wir spielen gegen die ab, oder, äh, kommt, äh. Ja, hier zwei holen müssen, Digga, mit der Rolle. Ja, aber, die ganze Team ist da, so, keine Ahnung. Ja, das soll er dann, wie ich schnell lossehe. Ja, ja, der Dings. Der Schlugart kann fressen, wenn er sein ganzes Mana nicht aufbraucht. Gute TP, gute TP. Oder wir spielen gegen Bots, bei Gott. Und wir spielen gegen Bots, bei Gott, bei Gott, bei Gott. einfach Ende einfach Ende Ehrlich? Ja. Okay, doch nicht. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Oh, dann noch 3 Junge Kills kriegt er, Alter. Ja, Mann. Stark. Nichts, mach das geil. Geil gespielt worden, Alter. GG. Boah. Der ist auch noch deutlich, Junge. GG. Kau. Das ist schön, Süd. Inzwischen. Ich denke, das ist wieder komisch, denn ja? Oh nein. Ich denke, das ist wieder komisch, denn ja? Oh ja. Ok, ich denke, das sieht wieder komisch. Ich denke, das ist ein Kumpel-Kumpel. Ja. Oh nein, du bist wieder komisch. Ok, du bist ein Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel. Ja, du bist wieder komisch. Ich habe eine Sprecher-Gate. Schau auf der Dings kommt, ne? Ach man, Digger Ah, das ist f***ed up, Digger So f***ed up So f***ed up, Digger So f***ed up, Digger So f***ed up, Digger Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, Bruder, mit sowas spiel ich. Gänsehose, Digga. Mit sowas spiel ich immer auf der Botlane. Welcome to Botlane. Digga, einfach 0-10-20. Was ist das jetzt, Alter? Bruder, ich bin doch einfach nur ganz kurz back, Digga. Ich will doch grad nicht kämpfen, Digga. Warum ist die Fight an jeder Ecke, Alter? Oh Mann, ich bin tot, Digga. emotionale nach. Sog wir jetzt wieder in deinem cũ. itä, falsche Verspielen schon wieder. Das ist geisteskrankt, bruder, die sind auf die Top-Line gegangen, um einen Malzer hart anzugreifen. Mundu. Äh, Mundu, ja. Ja. Ja, das Mundu läuft seit 20 Sekunden. Ja, geh 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 geh. Das ist doch. Ja, das ist losgebäustig, Digga. Oh mein Mann, unseren Teamsteher. Ich entfelle es aber auch, wirklich gerade nicht. Ah, Gänsehaut auf der Frau haut raus, Digga. Ich schwöre, das ist gerade geisteskrankt. Wow, Digga, der Zinsch. Nice stream, sagt er. Digga. Oh, Digga, nein, das wäre so ein easy game. Ich schwöre. Ich schwöre. Das war so free, Digga. Das war echt ein easy game. Alles an den Game war free. Unser Udi war 10-0, Digga. Er macht nicht ein objective, man. Ich schwöre, ich hasse so Spieler, Digga. Du machst nichts, das ganze Game, aber dann gehst du rein 1 gegen 4, Digga. Ich verstehe sowas nicht. Und Bro, der Udi hat wirklich gespielt wie ein, als ob er frisch aus der Wirbelschule Abschluss gehabt hat. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre.